Es ist Pumpkin Spice Season und deswegen habe ich drei Rezepte rund ums Thema Pumpkin Spice für dich, die alle drei super schnell und easy gemacht sind. Als erstes natürlich das Pumpkin Spice selbst. Das kannst du nämlich super easy selbst zusammenmischen, statt es fertig zu kaufen und so auch super schön verschenken. Das kannst du nutzen, um dir deinen eigenen Pumpkin Spice Latte zu machen oder auch um dein eigenes Granola herzustellen. Damit das Ganze aber ein bisschen süßer ist und tatsächlich Kürbis enthält, braucht man auch den Pumpkin Spice Sirup. Hier kommt nämlich Kürbismus dazu, ein bisschen Pumpkin Spice, Wasser und brauner Zucker. Und diese Masse wird jetzt einfach unter ständigen Rühren erhitzt, bis eine sirupartige Konsistenz entsteht. Und die kannst du dann einfach in ein Fläschchen umfüllen und so übrigens in Kombi mit dem Pumpkin Spice auch richtig schön verschenken. Für den Kaffee gibst du dann einfach ein bisschen Sirup, ein Espresso und Milch dazu. Wenn du willst, Sahne oben drauf und natürlich noch ein bisschen Pumpkin Spice. Das Pumpkin Spice kannst du aber auch nutzen, um dein eigenes Granola fürs Frühstück herzustellen. Und dafür brauchst du einfach nur Haferflocken, Pumpkin Spice, ein paar Nüsse deiner Wahl, Honig und ein bisschen Kokosöl. Und hier kommt natürlich auch nochmal ein bisschen Kürbispüree dazu. Und das wird jetzt einfach im Ofen nur noch so lange erhitzt, bis es so richtig schön crunchy wird. Und schon kannst du deine eigene Pumpkin Spice Joghurt Bowl machen, passend zu deinem Pumpkin Spice Latte.